Was ist los? Ja, geht los. Das ist der, was ist die Wahlrad? Das ist der Maxim Dunkelbund. Wir sind nicht betrunken. Aber geil. Aber geil. Und wir, ähm, überleg dir doch. Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Ey, wir sind in so einer Tür gerade. Wir sind gerade in so einer Adventstür. Und wie ist es so, jetzt wieder in der Freiheit zu sein? Jetzt können wir in verschiedene Wohnungen reinkommen. Ich habe keine Lust mehr.